Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hab sie! Lange gesucht oder war die Auswahl groß? Es waren genau die, die ich gesucht habe. Passend zur Hose. Du bist jetzt hier mit den Mädels und Bloggern und Gewinnern und allem möglich unterwegs. Was macht ihr jetzt hier? Ich habe jetzt die zwei Tage in den Villages, da habe ich unsere Gewinnerinnen dabei, die den Chic Trip gewonnen haben, aber auch Bloggerinnen. Und das muss man sich eigentlich vorstellen wie so einen ganz typischen Mädels-Shopping-Trip. Wir sind ganz schön viele, muss ich sagen. Aber wir treffen uns irgendwie immer wieder in den Shops und tauschen aus, wer hat was gekauft oder beraten uns auch gegenseitig. Es ist eine ganz lustige Atmosphäre, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also die lernen aber immer noch mehr von dir als du von ihnen, oder? Geben die dir auch schon mal ein paar Tipps, die du nicht drauf kommst? Die geben mir auch schon ein paar Tipps. Also eben gerade, wo ich in einem Schulladen war, musste ich auch so ein bisschen nachfragen. Weil manchmal braucht man ja so ein bisschen auch so ein paar andere Frauen, die sagen, oh nee, könnte ich mir vorstellen, dass das besser für dich funktioniert oder so. Also ich bin auch offen für Tipps von den Mädels und wir sind eigentlich alle ganz ehrlich miteinander. Was sind so deine Favorites jetzt, wenn du in so einem Outlet bist? Meine Lieblingsshops, meinst du? Ja. Also das Schönste in den Chic Outlet Villages ist halt einfach, dass man sich inspirieren lassen kann. Man kann hier durchlaufen und irgendwie ist es eine nette Atmosphäre. Ich meine, die Sonne scheint mir heute auch noch gerade wie verrückt. Es ist einfach, man fühlt sich wohl, wenn man hier ist. Und ich habe dann eigentlich auch nicht so einen Shop, wo ich sage, da muss ich jetzt auf jeden Fall hin. Sondern ich lasse erstmal das alles ganz ruhig angehen und schlendere hier erstmal durch. Und jetzt hier in Ingolstadt Village war es aber natürlich so, dadurch, dass gerade die Jimmy Shoe Pop-Up Boutique da ist, dass die erste Reise eben gerade mal dahin ging. Aber ab jetzt lasse ich es ein bisschen leichter angehen und lasse mich einfach berieseln von den Sachen, die man hier so entdecken kann. Habe ich recht in der Annahme, dass du die Schuhe auch gefunden hast, die du gesucht hast? Ich habe eigentlich gar keinen Schuh gesucht. Das ist immer so ein bisschen das Problem, aber ich habe trotzdem einen gekauft. Die Tour ist bis jetzt gelaufen. Sehr schön, also wir waren schon erfolgreich. Und ihr kanntet schon so die Outlets, oder? Nee, noch gar nicht. War jetzt völlig neu. Schon was gekauft? Ja. Einmal das Terje hier. Und die Schuhe. Wie findet ihr denn das Ganze jetzt hier mit dem Shopping? Fang du mal an. Ich finde es super, weil man einfach die Möglichkeit hat, sehr sehr viele Shops auf einen Fleck zu haben und die auch alle noch zu einem sehr sehr guten Preis und auch eine sehr gute Auswahl. Ja. Und vor allem hier im Ingolstadt Village ist die Auswahl nochmal ein bisschen besser als gestern. Also, wir haben schon das ein oder andere gesehen. Mhm. Das ein oder andere gekauft. Alles zufrieden? Ja, super. Und was macht ihr jetzt in eurem wirklichen Leben? Ihr habt was? Ich hab den Blog DariaDaria.com und ich bin YouTuberin mit dem Name AdamTantam. Okay. Ah. Okay. I like the shoes, the view of this very, it's perfect, it's amazing. Yeah, well, let me introduce myself. I'm Juliet Palilova from Moscow, Russia and I have a fashion blog Russian Doll. So, here we have the chicest trip ever. We already bought a lot of shoes and bags, so we're having a lot of fun and we really like. How are we doing here? So, we should introduce. Yes. Okay. I'm Lin. I'm from China. My full name is Lin Liefen. I'm a fashion blogger, too. And I buy a lot of bags and shoes and clothes here. It's an amazing place. Is it worth coming here as a tourist to shop here? Yes. I will choose to shop here because they have a lot of luxury brands for discounts. Yes. I will introduce to my fans this place. And the prices ever rise a lot from prices that we have in Russia and prices that they have here in Europe in general and especially in outlets. So, it's really worth going here for shopping. Perfect. How is it here in Ingolstadt Village for you? It's an amazing experience because there are lots of brands that I like. And they have pretty good choice of sizes and different models. Exceptionally for shoes like in Toads and Jimmy Choo, so I cannot make my mind steal what I want. So, in Europe? Sorry, my English. But this shopping is amazing. I like it very much. So, you're coming from where? I'm from Russia. What are you doing here? You're a winner of the… Yes, I'm a winner. I'm a little blogger fashion. But I write by Russian language. I speak English a little. Sorry me. Hi. What are you doing here today? I'm Dani Maras and I'm a makeup artist. I'm a makeup artist and a half a day with Eva Pattberg. And yesterday and today we got the girls styling tips. So, you've got the clothes? What do you do? I'm doing hair and makeup. We have already done makeup. And there are some questions that every woman has. And now they have the opportunity to ask me. Und steht mir eine rote Lippe oder lieber Smoky Eyes, wie soll ich meine Form von den Augenbrauen machen und so weiter. Girls Talk.